Willkommen zu einem neuen Mozartkugel Video. In dem heutigen Video möchte ich euch eine handgemachte Mozartkugel aus Tirol vorstellen. Und zwar die Mozartkugel von Café Mora. Das Café Mora befindet sich ca. 37 km von Innsbruck entfernt in Obermiming. Glücklicherweise gibt es aber auch einen Online-Shop. Und so konnte ich die Kugel ohne Probleme bestellen. Die Kugel gibt es aber auch schon ziemlich lange. Auf der Facebook-Seite vom Café Mora wird diese ca. 2012 zum ersten Mal erwähnt. Damals hat sie noch ein bisschen anders ausgeschaut. Mozart war auf der Kugel selber zu sehen. Und das hat sich dann erst ein bisschen später geändert, so ca. ab 2015. Da war dann die Kugel, so wie ihr sie heute in dem Video sehen könnt, golden verpackt. Nachdem es diese Kugel also schon so lange gibt, war es auch höchste Zeit, dass ich mir diese Kugel im Detail anschaue. Das heißt, in dem Video möchte ich sie auspacken, dann das Innenleben anschauen, also den Querschnitt und auch noch einen kurzen Geschmackstest machen. Legen wir also damit los. Die Kugel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020